Alles klar, cool. Ich denke ich mal noch einen, der will, ähm, und zwar, ähm, Trolllip. Ja. Das war's, also. Na gut, das war's, ähm, wenn es euch ge- nee, okay, lieber nicht, vielleicht doch noch eins. Hallo Leute, willkommen zu einer Runde Happy Wheels. Yo. Erstmal wieder hier den Ton anmachen. Danke. Ich hab ja schon einen gestellt und wir spielen einer Sparky Sky. Oh. Ah, ich versteh das. Mööö. Oh! Einfach, weil ich der Beste bin. So, Knife-Raw. Knife. Knife. Ah. Voll ins Gesicht einfach. Ja, genau. Hä, das Level ist an sich voll cool eigentlich. Games 2015, weil du nur so einen Knopf drückst und dann... Alles klar. Okay. Danke, ihr werdet. Oh, das ist sehr nice. Okay, bitte. Ach, fast! Ah, ja, okay. So. Ich bin noch nicht tot. Ich bin gleich tot, ja, okay. Und... Oh, was? Bam. Brücke. Oh. Nein. Ich hab's geschafft. So, nächstes Level. Mini-Run for Nick. Schau. Okay. Das kommt einfach nur auf Geschwindigkeit an. ja gut ich hab's auch geschafft in dem Moment, ich will es einmal leben schaffen so einfach kann es gehen 10 random minigames spike for all okay, danke das ist cool ups troll level ah, E1 natürlich nicht hier ist der final finish oh man, mich doch jetzt wird es endlich vorbei wie soll man so jetzt schnell zurück ja alles klar Rosewing 6 schade schade schokolade leider leider cool cool oh ne oh ne äh ich bewege mich hasta la vista hat bestimmt wehgetan obwohl er muss ja bestimmt instant tot gewesen sein alles klar alles klar oh ne nein boah ey muss man da extra schwung holen oder wie geht doch ah, ich kriege Besuch in meinen netz 7 und ich hab nicht ja gesagt was ja es es Alles klar, gewonnen. So, nächster Level. Poschable 95,20. Nein. Ich klatsche bestimmt auf die andere Seite gegen die Wand. Oh, schade, okay. Nein, fast noch. Ja! Oh, 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 geschafft. 3D-Hapun. Alles. Okay, cool. Oh. Ähm, wo bin ich? Ist das jetzt gut, oder? Ich glaube, man muss so schnell sein. Ja, schade, schade, schade. Da, 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 da. Okay, man sollte auf jeden Fall nicht auf dem Oberkörper aufklatschen. So, da, da, da. So ist gut, oder? Einfach zu weit. Einfach zu weit. Alles klar. Ja, 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 ja. Noch ist... Ich hab, ich, ich, ich hab mich schon aufgeregt. Okay, Easy Level von CatMaiMai. Alles klar, Easy. So. glp.tv don't move 2 1 3. Das ist... Das ist cool. Das ist cool. Alter. Oh. Das ist cool. Warte, was ist, wenn ich's so mache? Alles klar. Es geht also wirklich nur, wenn man nicht bewegt, geil. Na gut. Hm. Dann. Epic Stairway to Hell. Hm. Ich darf nicht immer so rumfliegen. Mein Corsus kann es doch schaffen. Ja. Ich, ich drück einfach mal gar nix. Das ist gut. Alles klar. Ich glaub, das kann man als nicht lebend bezeichnen. Das ist, wenn wir... Timmy vorlassen. Okay. Aufpassen, dass der Vater nicht stirbt. So. Und jetzt... Wie war das? C? Aaaaaaah. 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 Wenn er noch was verliert, bin er tot. Nein. Nein. Okay. Sohn. Nicht komm und rett er dich. Ähm. Wups. Tchuuu. Easy. Einfach im letzten Moment, wo der sein Kopf ist hat bestimmt... Okay, gut. Oh. Der Gott war fickt schnell. Oh. Tchuuu. 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 Über den Ventilator. Tchuuu. 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 Nein! Nein, 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 nein. Mein Computer ist einfach gerade ausgegangen. Alles klar, cool. Ich denke, ich habe noch einen, der will, und zwar Troll-Level. Ja. Das war's, also. Na gut, das war's. Wenn es euch gehört... Ne, okay, lieber nicht, vielleicht doch noch eins. Escape the Box. Mh... Ah. P film. Gut. Also das war's jetzt wirklich. Wenn's euch geworden, dann lasst eine positive Bewertung. Da, guckt bei Twitter oder Twitch vorbei. Morgen um 15 Uhr geht's mit einem weiteren Video weiter. Oder mit zwei. Und übermorgen auch. Heute bis um endlich mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüü timer! Heute um 17 Uhr nun vorbei